Nachdem der Kerl jetzt ungefähr fünfmal die Stage gewächst hat und fünf Minuten bestimmt die ganzen Optionen, äh, ne, seine Dings gecheckt hat, seine Einstellungen. Ähm, spielen wir jetzt aber im Lost Temple, überraschenderweise, ich war zwischendurch mal der Hangar und die Eisstation, wie auch immer. Okay, was sind die denn? Und wieso hängt mein Spiel so? Sollte ja nicht am Ping liegen. Okay, Headshot, schön. Der taucht zumindest gleich wieder auf. Da drin hat jemand geschossen. Oder weiter hinten, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Hm. Der stand einfach nur AFK rum. Was ist ein Nate, war da? Wow. Langsam ist aber auch mal gut hier. Ich kann ja nicht hier einfach jeden killen. Hm. Ja. Er hat sich auch rumgekniet. Das nächste Mal. Okay. Den hab ich ganz gut erwischt. So. Hm. Scheint grad keiner zu sein, wenn ich grad jemand respawnt. Was mich natürlich umgebracht hätte. Okay, irgendwo draußen ist irgendwas runtergefallen, nehm ich mal an. Hm. So. Wo sind die denn? Wir müssen ja eigentlich... Wow. Das war jetzt echt... Ich hab Menge Schüsse daneben gesemmelt. Aber er war so gut getrunken. Na ja, gut. Ist der blöd beim Spawnpunkt rumzerrennen. Dann, wenn die Leute noch unbesiegbar sind. Ich denk mal, ich hör da meinen eigenen, nur zur Sicherheit. Gut, geh ich nochmal hin. Oh, der wurde grad beschossen. Wie viel haben wir eigentlich? Drei Stück. Oh, das hat aber einen Moment gedauert jetzt. Das war nicht gut. Ha. Okay. Mal sehen. Vielleicht, wenn der auf Entfernung... Wenn er es auf Entfernung anlegt... Vielleicht ist dann doch die AK besser. Der hat sich vor allem meine... Der hat sich meine P90 geschnappt. Shit. Was ein Sackgesicht. Alter, wieso hab ich den denn so wenig getroffen? Das gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht so viel Schüsse an ihm vorbeigesemmelt haben. So. Nee, komm schon. Oh, klasse. Nuller Pin. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das... ...wirklich ein Nuller Ping ist. Oder ob der das einfach nur nicht anzeigt. Der war blöd. Das war Glück. Und ich hab immer noch kein Leben verloren. So. Ich denke mal... ...dass hier gleich einer vorbeikommen wird. Das war jetzt natürlich nicht so geplant, aber... ...wenn es funktioniert, ist es gut. Problem ist, ich hab bald keine Munition mehr. Den hätte ich theoretisch auch messern können. Wieso hab ich denn jetzt... ...das Granatum? Hätte eh nicht geklappt. 15, 1 und 9. Und angeblich ein Punkt von Null. Was ich immer noch irgendwie nicht glauben kann. Was aber echt cool wäre, wenn das denn so wäre. Ich hab den gar nicht erwischt. Dafür der nicht. So. Jetzt die Rückseite noch ein bisschen prüfen. Bei so einem Mann schleichen die sich auch gerne drum rum. Wieso haben wir denn jetzt einen Angriffsbonus? Weil wir so gut sind, oder wie? Hm. Nice. Den hab ich aber auch nur... ...über den Dings gesehen. ...über die Kiste. Und da konnte ich ja auf nichts anderes schießen als den... ...Kopf. Was ich ja sonst definitiv gemacht hätte. Ich schieße ja sonst immer auf die Brust oder so. So. Laufen wir mal ein wenig rein. Verdammt, 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 verdammt. Wo ist der Kerl? So. Hm. Ja, da hat irgendwas gehommen. Also anscheinend hab ich echt einen Ping von... ...Null, weil das jetzt aktuell die ganze Zeit auf Null steht. Dafür hängt mein Spiel die ganze Zeit. Was ich natürlich nicht so gut finde. Dann hängt das Spiel... Hm. Ob ich die Grafik noch ein bisschen runterdringen soll? So viel Unterschied macht das ja nicht. Da sieht man nur die... ...Figuren ein bisschen... ...anders. Verdammt, ich hätte oben bleiben sollen. Da kommt einer. Verdammt. Na komm schon. Ich muss den hier auch noch verfolgen, oder wie? Schick. So, ich hoffe... Oh, schade. Ich dachte, der letzte hier noch... ...ja. Aber in den Optionen kann ich das jetzt auch nicht... ...ne. Ne, ne. In den Optionen kann ich das jetzt auch nicht ändern. Ich darf ich eher da rein. Verdammt. Da bräuchte ich einer, die ruhiger ist. Hm. 21.4. 14. Ich bin der beste Spieler hier im Spiel. 2.500 Leute ausgeschaltet. Mit dem Maschinengewehr. Ja, das war jetzt klar. Da konnte ich nicht schnell genug... Da hat er nicht schnell genug auf die Waffe gewechselt, sagen wir mal so. Und von hinten kam auch noch einer. Klar, gerade drei Mann. Ich weiß nicht, ob ich mich da groß bewegen würde. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich jetzt wirklich einen Nuller-Ping habe. Ha. Wallshot. Lustigerweise funktioniert das da. Long-Rage-Shot. So, da müsste gleich noch einer kommen. Da, denke ich zumindest. Verdammt. 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 Dem kann ich wenigstens rausnoggen, aber dafür habe ich jetzt keine Munition mehr. Nein. Wo ist denn hier einer noch? Ich glaube es zwar nicht, aber... 26.6.15. Booyah. Mit einem 20er-Ping, was echt hart ist. Ich muss nur die Grafik umstellen. Ha. Booyah. 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 Booyah.